Tut mir leid, ich freu mal, bis ich die so accused hab. Okay. Von mir gibt's ein Württelhändler. Mir gibt's auch keine Heuchterhändler. Da sind ja drei Schlüsselspalten. Krasse Scheiße, Mann. Ich auch. Ein richtig heftiger Kalle. Vielleicht geupgradet, damit's schwerer ist? Ich hab's auch gerne Spalte. Oh, ja. So eine Kartoffelspalte. Ja, das ist ganz schön pervers. Pervers geil. Pervers richtig lecker. Von McDonalds. Junge, man kann nicht mal einen Task machen. Ja, ich war nicht möglich, ich hab die abgeschafft. Schwammbord lag relativ zentral bei diesem Gang unter dem Emergency-Raum. Derjenige, der am nächsten dran ist, ist tot. Ist tot. Ist tot? Derjenige, der am nächsten dran ist, ist tot. Ja, das stimmt tatsächlich. Mike, bist du im Poste? Ja. Also, ich weiß, dieser roter Hintergrund. Also, ich glaub übrigens nicht, dass es reschüffelt, weil der hat grad mit mir zusammen die Lichter angemacht. Wir haben keine Zeit für Jokes. Also, ja, ich hab die Lichter angemacht. Also, ja, ich hab die Lichter angemacht. Ich würde auch Rechtsschuss decken und Mali. Ich war Mali grad nach oben gegangen später und erst runter kam. So wenige Sekunden bevor es, ähm, irgendwer, ja, also, bevor es halt gefunden wurde, die Leiche. Kann mir jemand erklären, was halt dieser roter Hintergrund, als wir gespawed sind? Ja, äh. Was heißt das? Boah! So alt, der jetzt wirklich verbaut ist. Der war schon 50 mal im Poste bei 49 Runden. Keine Ahnung. Das Lockback wurde erratet. Erratet. Oh, so, okay, dann habt ihr recht. Ja, okay, jetzt, äh. Das ist Mike. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Mike, Mike, wir haben gewonnen. Das Spiel, wo man schon nach ironischen Sätzen rausgevote. Mann. Ich hab vergessen, wie das... Wurde nicht fucking rausgewartet, weil er gesagt hat, dass er Impostor ist. Ich hab da jetzt mit dem Scheiß nicht funktioniert hier. So. Einfach einmal raufklicken. Achso, okay, weil... Ich hab die ganze Zeit gedrückt, es ist nichts passiert. Wir brauchen halten. Oh, so leidet. Mann. Mike. Was war das? Was war das? Mike, willst du auch richtig rein scheißen? Mike, willst du auch richtig rein scheißen? Jetzt müssen wir auf die Krise und laufen fahren. Wir sind auf die Krise nu. Das ist zu zehn Sekunden. Ja! Herr spielt nicht auf die Krise lange! Jetzt müssen wir auf die Krise warten. Ich muss jetzt so zehn Sekunden stille. Ja! Bei dir dreimal abgestürzt. Mega rich Jojo. Ich hasse alles. Ich und mein Jojo. Das finde ich echt gay gay. Jo, warum ist ähm so einfach dick geschrieben? Was ist dick? Was ist dick? Ich möchte nicht, dass Jojo über seinen Dick redet. Ich auch nicht. Ey. Vorraten. Da kam so richtig zielstrebig auf mich auf. Nee. Auf mich auch. Du kamst aus dem Raum raus, hast du mich gesehen? Ja, jetzt deck ich mir jetzt. Und dann wurde da jemand gefordert. Und dann so, oh snap. Nein. Doch guck mal, du lachst sogar in deiner Aussage. Das musst du sein. Das bist du. Du bist es. Nein, ich verstehe nur deine Bezeichnung gerade. Also ne, ich bin, ich war unten im Admin. Dann hab ich da so gesehen, dass jemand im Office ist. Dann hochgegangen. Dann mit der runter. Und bin dann irgendwie aufgeschriegt, weil da jemand gekommen ist. Dings, lass Mike erstmal bin. Das ist Lockknabe. Das kann ich euch beweisen. Inwiefern? Ich, äh, wie ging das nochmal? Äh, ja, okay, sag erstmal warum. Warum? Das ist ein Fortnite-Kindsgeld, nicht als Beweis übrigens. Ja. Warum nicht? Ich hau den Beweis raus. Ja, gut, sorry. Weil... Weil ich halt so gesagt habe. Imposter bin. Mann. Junge. Der Präsident votet. Der Präsident votet. Der Präsident votet. Ihhh, was ist das für ne komische Kameragrafik. Das sah ja schon so schäbig aus. Mann. So schäbig? Da sind sowieso verpixelt die Leute. Er schüttelt leer gelaufen. Jo Moinsen. Ja, ja. Ich glaube er mag mich. Ja, richtig schwer. Ja. Schon so, weil er mich einfach... Er meinte, ich bin es und hat Beweise, aber dann kommt halt nichts. Wer denn? Mike. Ihr könnt doch Mike gar nicht voten. Er ist doch grad ausgeflogen. Na, ich kann die voten sehen. Was? Was ist das für eine Verarsche? Wie kann man jemanden voten, der rausgeflogen ist? Wie einfach Mike hier ist. Mike, du siehst doch auch meine Rolle. Ja, ich bin es auch. Achso, okay, dann kannst du meine Rolle sehen. Das ist genauso wie wenn du stirbst so und du vererbst all deine Schulden an jemand anderem. Das ist genau selbe. Faden, faden. Oha. Oha. Also, es ist dieses. Er hat mich gerade ziemlich lange verfolgt. Wo warst du überhaupt? Bin ich mir relativ sicher. Und warum bist du es nicht? Weil es Desis ist und er mich verfolgt hat. Ja, wohin? Ich hab dich grad gesehen, da war Desis noch bei dir. Ja, zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr. Aber ich bin halt rechts rausgegangen. Hab dort, ähm... Ich weiß nicht, ob ich jetzt in dieser Runde den Kartentasten der anderen da gemacht habe. Äh, oder in der vorherigen Runde auf jeden Fall bin ich da lang gegangen. Hab einmal geguckt, äh, auf die... Äh, so. Bin dann rausgegangen. Und dabei stand Desis schon sehr suspicious unten in der Tür bei dem Raum. Ich geh raus, er folgt mir nach draußen. Ich geh weiter nach oben, bleib nicht stehen, weil ich halt dachte schon, er folgt mich. Geh halt ums Haus rum. Auf der anderen Seite des Hauses seh ich dann rechts raus, als ich grad auf dem Weg nach unten bin. Geh dann dort wieder ins Haus rein. Drück den Emergency Button. Jetzt mal no joke, ich hab dich nicht mehr gesehen. Also legit. Du bist mir halt in der Runde davor gefolgt. Ja. Ich war Impostor, aber ich bin dir wirklich nicht gefolgt. Ich hab's mir einfach... Okay, du bist mir hinterhergelaufen, ob du mir absolut nicht gefolgt bist oder nicht. Ja genau, nicht consciously gefolgt zu sein. Yo, die Impostor ist erst mal verkrankt. Ah, Junge, was ist das denn? Ah, Mike hat sich grad auf Chlor gesetzt. Er ist grad auf Toilette in Friedemann ein. Ja gut, Mike... Achso, okay, er ist zumindest gemutet. Ja, ja, ja. Was the fuck? Übrigens ist Mike jetzt wieder rausgeflogen. Er ist grad rausgelieft. Ja. Oh Gott, erinnert sich an die Zeit, in der Thesis in der Türkei im Urlaub war und dann die ganze Zeit im Badezimmer. Achso, ja. Mann. Das ist grad so die Situation, du bist den ganzen Urlaub lang im Badezimmer eingesperrt und spielst da TTT mit uns. Okay. Nice, geht mal. Achso. Older than I, if you gave a truck. Ah! Was? Was? Ey! Ja denk doch mal mit, wenn ich bei der Leiche stehe, kannst du sie nicht reporten und ich kill dich dann einfach, wenn du da bist. Ja, aber als ob schon so viele tot? Ja, aber hier, Mike war schon vorher raus, das heißt, wir mussten zwei Leute killen. Ach du Scheiße. Also das, ähm. Hey Mongas, wird geladen. Ja, einfach geschlossen. Oh Mann. Etwas scheint da oben aufs Kreuz draufgeklickt. Ist der denn auch scheiße gegangen? Oder warum hört sich dem seine Stimme so richtig Sinn zu machen? Naja. Und er ist mit seinem Mikro gegangen. Ey gut, lass mal schnell los, bevor man es mir alles überlegt. Mann, Bambel-Dambel, ey. Laut Wikipedia ist Bambel eine dickbauchige Steinzeugkanne, die im südhessischen Gaststätten zum Ausschenken von Apfelwein benutzt wird. Junge, ich kenn Bambel nur als Fimbelwein. Weil hier ist irgendeine Donkey Kong-Folge, die Referenz für die schon längst veraltet ist, wenn es ein Punkt vor das hier ist. Die Freuden von Zeit. Alles ist relativ. So. Ihr könnt mich mal einschalten. So, Licht ist wieder an. Ihr könnt... Hey, waren diese Liaden schon immer? An diesem Baum da? Weiß ich gar nicht. Wow. Was? Was wusstest du? Jetzt hast du wieder Secret Informations für uns, oder was? Also Information. Ich wusste, was ein Bambel ist. Oh shit. Nee, also damit war es jetzt nicht bezogen. Sondern ich wusste es, dass die Taktik ist es einfach mal gar nicht zu machen. Einfach nur ans Ende der Map zu gehen. Weil sonst überlebt man es einfach gar nicht. Und jetzt nicht nicht. Was? Okay. Also... Folgendermaßen. Halt die Klappe! Also die Leiche von Mali habe ich gefunden und die lag neben dem Eul-Task. Also dem Kanister-Task. Auf diesem freien Feld. Das war glaube ich genau bei diesem Antennen-Shit, der in der Mitte dabei ist. Junge, ich dreh mich. Ich hab grad legit überlegt, was soll denn mit einer Eule zu tun haben, weil ich Eule im Sinne von Eule gedacht hab, ey. Nein. Also als ich weggegangen bin von oben, waren dort noch ein paar Personen. Und ich glaub, die letzte Person, die oben rausgegangen war, war Snowflake. Und man muss ja relativ schnell... Maik, sagst du was dazu? Willst du es? Du musst ihn jetzt verteidigen. Ähm, ja. Bin ich. Natürlich ist doch eine tolle Hermine mit dabei. Mann, das ist doch schon ganz shitty, ey. Nein! Da sind doch vier Wurzeln! Ja, dann reichst du auf GG, wa? Ja. Es ist halt echt... In den meisten Fällen sollte man nicht den Wurzeln, der so selbstgefällig irgendwas sagt. Ja, ich hab's ja auch schon. Mann. Mann, das Keyboard. Warte, der wär jetzt wieder geflogen. Mann, nix wieder weg, weil ich weiß, dass ihr nach Mar... Achso, recht ist es kurz weg. Die Marley-Verlassung. Nee, nee, recht ist es weg. Marley-Verlassung. Achso, jetzt ist er wieder da. So. Aber Marley ist auch nicht weg. Hä? Oh, guck mal, guck mal, das ist ja... Halloween! Das ist der Halloween-Scheiß, weil hier stehen so Sachen wieder. Hä? Guck mal, hier steht da wieder Halloween-Zeug um. Mach ich's aber nicht im Call. Mach ich's doch, ich hab's halt in seiner Tür. Schönen! Hä? Ah, hier sind's. Oh, fuck. What ever. Man, die passen ja komische Dinge an. Die passen ja komische Dinge an. Alle Hemmungen verliert, what the fuck. Alter, guck mal hier. Bleib mal bei dem... Gammel-Diesel. Gammel-Scheiße. Schützt mich, ich bin VIP. Ich hab' ja nie gesehen. Überall. Ich find' das witzig, dass wir morgen wieder spielen, wo wir gleich wieder dieses Halloween-Designes. Was? Ja, das ist doch Halloween-Zeug genug. Lamm-Mullm. Stimmt, eigentlich nicht mal recht. Lamm-Mullm. Lamm-Mullm. Warum liegt einer? Warum kann ich viel porten, obwohl ich hier gar nicht da steh wo eine Leiche ist? Also. Mali lag fordert die Contamination in dieser Umkleidekabine. Und ich kann schon mal sagen, dass ich da vor zusammen mit Reschew und Maik Hawk nach oben gegangen bin, also kann ich die schon mal decken. Alter macht das geil. Ja, also ich und Rector sind gedeckt, Rector ist auch noch Waladin. Warum bist du gedeckt? Weil wir beide nach oben gegangen sind, mit Schwambob zusammen. Wir waren beide nach oben. Schwambob, ich und Dresche sind gedeckt, genau. Beziehungsweise Schwambob könnte es self-reported haben. Das stimmt, vor allem... In der kurzen Zeit weiß ich nicht, wie lange waren wir denn da oben. Es sind zwei Leute. Ich weiß nicht wann er runter gegangen ist, aber basically... Ist Schwambob nicht mit uns in Decontamination drin gewesen, vor der zweiten Tür? Und da war ja niemand anderes drin eigentlich. Und es sind zwei Leute tot? Nein, wir sind doch beide nach oben gelaufen und vor der zweiten Tür standen wir zu dritt. Ja, weil es ja wieder raus gegangen ist. Wir wissen nicht, ob die zweite Leiche ist. Auf jeden Fall, warte mal, warte mal. Ich guess, es ist... niemand, keine Ahnung. Hallo? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war eigentlich schon instant... Lost für uns. Aber selbst wenn er geht, das hätte ich doch eins von euch direkt gehört. Das war eigentlich instant lost für uns, weil drei von fünf... Okay, okay, wir dürfen nicht weiter diskutieren. Doch, ich schon. Ich bin VIP. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Nein, du darfst das nicht fixen, weil wenn du das jetzt kriegst, die haben noch 25 Sekunden Zeit. Schnauze! Nicht reden! Hallo! No! Junge Schwammburg, jetzt reicht's! Oh mein Gott, Wagner hat immer so viel, das ist so furchtbar! Oh mein Gott, er hat das Licht ja nicht angemacht. Er ist so doof, er war literally am Licht krimis und hat es nicht angemacht. Wie krass, was der Typ für Sachen... Oh mein Gott, weil er denkt... Weil er denkt, dass ich das Licht entscheide... Weil er denkt... Weil er denkt, dass ich das Licht dann mache... Wie geil! Yes! Und die sind noch zwei Imposter, wenn ihr das gewusst hätten... Ja! Zwei Leute gewählt! Habt ihr es nicht mitbekommen, oder was? Genau, wie wir nicht gewählt sind. Ach so... Ich hab mich schon gewundert, weil eigentlich hatten wir instant verloren, weil drei von fünf konnten sich decken. Ja, eigentlich, ja. Und dann ist das Beste noch Schwamm... Schwamm... Schwamm auf ne Plitzel... Mai, kannst du mal spurzen? Mai... Ja, Mai, egal. Ich hatte zum ersten Mal gekillt! Hm? Und ich hab gerade gefurzt!